Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um ein äußerst cooles Thema. Denn ich werde euch das komplette Deadpool-Event zeigen und alles was dazu gehört. Bevor es damit aber überhaupt losgeht, von der lassen wir doch gerne mal einen Daumen da und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Checkt doch die Videobeschreibung ab für super günstige Game Keys, die dann von 2-3 Sekunden geliefert werden. Jetzt genug gequatscht, kommen wir direkt zum eigentlichen Thema des Videos. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist schon seit Anfang an Deadpool am Start. Wir können uns Deadpool freischalten in der Woche 7 und die Woche 7 ist die aktuelle Woche. Das bedeutet so gut wie, dass am Freitag Deadpool für uns alle verfügbar sein wird. Für jeden, der den Battle Pass sich gegönnt hat. Ich werde mal ein bisschen ausholen, um ein bisschen anfangen zu reden, ein bisschen quatschen und euch was erzählen. Also Deadpool wird diese Woche seinen normalen Skin erhalten. In der Woche 8 können wir ihn ohne Maske freischalten. In der Woche 9 wird er noch was zusätzliches bekommen und in der Woche 10 wird er noch was zusätzliches bekommen. Das bedeutet für uns, es gibt für die kompletten 10 Wochen normalerweise immer etwas zu tun für Deadpool. Damit ihr Bescheid wisst, okay? Also das bedeutet für uns, wir werden noch coole Sachen für ihn freischalten. Eventuell sogar noch Gleiter, Spitzhacke und, und, äh, ne, ja doch, Spitzhacke auch vielleicht. Aber das ist ja ein komplett anderes Thema. An dem Tag, wo auch Deadpool dann reinkommen soll, am Freitag, wird es auch eine Shop-Aktualisierung geben, wo Deadpool selber den Shop runterziehen wird. Das bedeutet, es wird auch nochmal richtig cool aussehen. Und Deadpool wird so einige Aufgaben in Fortnite selber übernehmen. Ich würde mal sagen, ich zeige euch mal, wie Deadpool denn aussehen soll. Und zwar wird Deadpool auf der Map verfügbar sein. Den normalen Deadpool kennt ihr ja sicherlich. Aber der Deadpool, der auf der Map verfügbar sein wird, der hat keine Maske auf. Das heißt, es ist ein ganz normaler Schauspieler. Plus, er hat hier, äh, zwei Diegels in der Hand. Und zwar steht da auch Bang Bang drauf. Zeige ich euch aber nochmal gleich. Und so sieht er aus, wenn er dort halt sozusagen steht. Ihr seht, ist ein bisschen lustig. Da ist sogar so ein Schnorchel dran und so mit so einer Taucherbrille. Ja, ist vielleicht ein bisschen lustig. Aber dazu gleich auf jeden Fall mehr. Die Pistolen, die ihr dort gesehen habt, könnt ihr gerade mit uns sehen. Deadpools Handkanonen, äh, sind diese doppelhändigen Pistolen. Aber, Einzelfeuer, nicht vollautomatisch, würde ich jetzt sagen. Ich bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Es könnte sein, dass es zwei Diegels sind. Also sozusagen hat er zwei Diegels in der Hand. Es hat insgesamt alles 18 Schuss. Also 9 und 9. Meiner Meinung nach interessant. Ich hoffe, dass es nicht automatisch ist. Aber wir lassen uns da einfach mal überraschen. Dann habt ihr ja sicherlich den Brief an Epic Games gesehen gehabt von Deadpool. Und tatsächlich ist sein Traum wahr geworden. Deadpool wird einen eigenen Battle Bus erhalten, der bereits schon sozusagen im Spiel ist. Den könnt ihr auch ebenso gerade hier im Hintergrund sehen. Schaut unnormal geil und lustig aus. Ich hab da auf jeden Fall übels Bock drauf. Feier ich übels. Und ich bin auch gespannt, was für ein Event wir bald erhalten werden. Weil wenn Deadpool das Ganze jetzt übernommen hat, also ganz Fortnite übernommen hat, dann müssen wir doch bestimmt sicherlich ein kleines Event bekommen, wo wir dann nochmal ein paar Challenges oder so erhalten. Also da bin ich auch noch gespannt, wie das Ganze ablaufen wird mit dem Deadpool Zeugs da. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Hier könnt ihr auf jeden Fall einen Loot Drop sehen, wie Deadpool seinen Charakter hat. Hier so links und rechts zwei Chimichangas. Bessere Qualität ging, by the way, nicht. Und die Loot Drops wurden halt sozusagen, beziehungsweise werden halt geändert. Und dann, Freunde, haben wir dann einmal nochmal die Yacht. Die wird auch überarbeitet. Die Yacht, die ihr kennt, die wird sich auch von der Position her ein bisschen verändern. Die wird sozusagen ein bisschen verschoben. Aber das ist nicht der Rede wert. Die wird immer noch rechts oben sein. Die wird nur ein bisschen verschoben. Was auch immer. Ich zeige euch jetzt mal kurz ein Gameplay hier von der Yacht. Und ich zeige euch, wie das Ganze ausschaut. Also, Freunde, legen wir da mal los. Ihr seht selber gerade im Hintergrund. Mega geile Sache. Schaut cool aus. Sind ein paar LEDs, die so in die Luft strahlen. Macht auf jeden Fall was her. Oben haben wir so einen riesengroßen Deadpool-Ballon. Haben hier so Taco-Sticker oben. Haben wir Avenger-Sticker. Wir haben hier eine interessante Einrichtung. Der Ehre und Bruder Midas wurde ersetzt durch einen Deadpool-Kopf. Hier sind Deadpool-Gemälde und so. Hinten haben wir dann nochmal so ein Streaming-Zimmer und so einen Trainingsraum. Übelst geil gemacht mit so einem Greenscreen. Aber im Großen und Ganzen schaut das auf jeden Fall übertrieben heftig aus. Und die Katze, die ihr normalerweise gechillt habt. Weil das war ja ursprünglich von der Katze die Yacht. Die gibt es nicht mehr. Deadpool hat höchstwahrscheinlich die Katze erledigt. Oder sie entsorgt. Ich weiß es nicht. Oder ihn entsorgt. Und Deadpool gehört jetzt die Yacht. Und Deadpool wird auch als Charakter, als Boss hier auf dieser Yacht chillen. Das bedeutet für uns, wenn ihr auf dieser Yacht landet, könnt ihr hingehen und könnt Deadpool töten und bekommt seine Handkanonen. Das bedeutet, ihr könnt seine Handkanonen aufheben und habt dann unnormal viel Spaß. Weil ich denke mal, dass die Handkanonen übertrieben heftig sein werden. Meiner Meinung nach war auch die Yacht eines der schlechtesten Loot-Orte, was die Bosse angeht. Und jetzt Deadpool halt da zu haben, reizt mich noch auf jeden Fall mehr. Um da hinzugehen und mir das Ganze auf jeden Fall anzuschauen. Ich sag euch eine Sache. Das wird auf jeden Fall richtig Spaß machen, wenn wir dort landen, die ganzen Challenges absolvieren und und und. Später wird es auf jeden Fall auch noch mal ein paar, sag ich mal, Belohnungen geben. So kostenlose Musik wird es dann noch geben, wenn ihr eine Aufgabe erledigt und und und. Also da wird auf jeden Fall noch so einiges auf uns zukommen. Das bedeutet, es ist nicht das Einzige, was ich euch hier gezeigt habe. Sondern es gibt noch viel mehr, von dem ihr gar nicht wisst, was eigentlich auf uns zukommen wird. Und so viel auf jeden Fall schon mal dazu. Mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was jetzt morgen alles reinkommen wird. Plus, morgen wird dann ein Video kommen mit den ganzen Challenges, wie ihr Deadpool richtig freischaltet und und und, was ihr da suchen müsst. Blablabla, da werde ich euch alles zeigen. Alles nach und nach. Heute ist der letzte Tag. Einmal schlafen noch, dann ist Deadpool da. Ich freue mich schon. Und das war das mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch so weit gefallen hat, lasst mir doch gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann noch so mit raus und würde sagen, haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frems. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.